Ich weiß nicht, ob ich Fische oben habe. Kein Schimmer. Ich glaube, ich muss mich jetzt angeln. Tja. Tja Leute. Ich habe keinen Fisch. Ah, ok. Nein, tut voll aus. Ich habe keinen Fisch. Okay. Lass mal gucken. Fisch. 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 Fisching net. Das wollte ich jetzt schon mal machen. Just blast it above some water. Don't catch fish for you to store some fish. Just blast it just above some fish. Also entweder die Kiste oben drauf setzen oder einfach rausploppen lassen. Ich dachte es wird mit der Kiste gar nicht funktionieren. Daher hatte ich mal. Egal. Hatten wir schon mal besprochen. Gut. Das heißt. Ich brauche dafür. Wann haben wir? Grün haben wir auch. Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli. Brokkoli, Samen, Pumpkin und normales Sitz. Normales Sitz. Ich muss bald Kürbisse anpflanzen lassen. Das kann auch sein. Pumkin und normales Sitz. Kürbisse Läte. Da. Die Luft. Nein, das, das, das. Brokkoli, Jambel. So. schläfchen tagsüber wechselt sowieso besser ok da haben wir sogar noch umgegraben zack 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 und viel brokkoli ich hoffe ja mal nicht noch mehr. Ist noch Samen kaputt gegangen oder irgendwie sowas? Ich hatte noch mal drei. Egal. Vielleicht in der Lili kaputt gegangen. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So schwer sind ja nicht herzustellen. So, erst mich rein. So, das heißt, ich habe gekochten Brokkoli. Dann mach mal. Wir fahren noch nicht wieder inzwischen. Okay, haben wir es geholt. Okay, gekochten Brokkoli. Das, 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 das. Ein Uran. Dann. Ne, eigentlich mal eins, oder? Das ist egal. Ja. Einen grönen Schleimkristall. Da haben wir schon so zwei. Einen ganzen Block kriege ich nicht aus, ne? 2 und 6, 7, 8 oder einer fehlen von dem ganzen Block. Den hätten wir dann hier. Aber will ich davon den ganzen Block einbauen? Oh. Silk Touch Augment, da brauchen wir nicht fischen. Stimmt, für das Solarpanel 2 brauche ich die. Hm. Ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Oh Gott, wird immer teurer. Was ist das? Ein Wetterkristall. Aha. Pulsarienkristall. Ja, Diamanten. Bismarakte. Wir bräuchten eine gute Quelle für Bismarakte, oder? Hm. Na gut, wir machen jetzt erstmal einen, ne? Äh, Brokkoli ist ja nicht schlimm. Und, äh, mal gucken. Äh, der Brokkoli, Uran. Der grüne... Der grüner Schleimkristall. Ähm, das hat mir versagt. Furchtbar. Hm. Was war das noch? Äh... Kaktus. Ein... Kleiner grüner Kaktus. Cool. Margenfishing nette ist ja, eine Zumutung, um mal angeln gehen zu müssen. So. Der ist nicht automatisiert, also... Müssen wir Hand machen. Kaktus. Oran. Brokkoli. Grünerschleim. Zack. Hm. Gut. Ähm. Warte ich jetzt einfach drauf, das Ding oder nicht? Da kann ich wieder ausziehen. Helm. Da ist der Helm. Äh... Darauf warten, oder nicht drauf warten? Äh, eigentlich überlegen, dann warte ich auch. Hehe, ja, schon fertig. Danke. So. Jetzt kann ich dieses blöde Fisch-Netz bauen, und dann... Da... Hat sich der Käse... So... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Und... Ich bin jetzt blind, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Ähm... Hier genau funktioniert das jetzt, wenn ich dich... Also über Wasser, ne? Über Wasser platzieren. Etwas so. Und ne Kiste oben drüber. Ne, ne fliegende Kiste, aber naja. Okay. Das ist aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich immer noch einen Fisch brauche. Das heißt, ich muss mal kurz angeln. Da rein. So. Wir müssen kurz angeln. Einen blauen Fisch. Angel, 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 angel. Da ist die Angel. Ja, ich hab mal fleißig geangelt. Ich hab nichts gecheatet. Alles Alps gemacht. Alles von Hand. Auch wenn es erstmal verlockend war. Manchmal wirklich verlockend. Naja. Äh, komm, stirb du. Ihr stört mich beim Angeln. Hier. Ja, stört beim Angeln. Vielen Dank. So. Wollen wir Glück haben? Weiß sofort ein blauer an. Wollen wir Glück haben? Wollen wir Glück haben? Wollen wir Glück haben? Guck mal da. Das nennt man Glück, oder? Ja. Ich hoffe, einer reicht, ne? Ich hoffe, einer reicht. Ich hoffe, einer reicht. Wir werden es sehen. So. Das heißt, eine davon, eine davon, eine davon, eine davon, zack, 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 zack. Jawohl. Sehr schön. Dann drehen wir einmal runter, dann drehen wir einmal wieder hoch und dann ist fertig, denke ich. Platz schaffen. Müll loswerden. So. Okay. Ähm. Replikator. Zack. Woran mangelt es denn jetzt überhaupt? Ach, ein Replikator. Letztdorn, die fehlt. Oh, ist auch zu wenig. Okay. Letztdorn habe ich auch zu wenig. Okay. Wollen wir gleich mal vier Stück vielleicht. Oh, Mann. Oh, ja. Das habe ich eigentlich für die nochmal gebraucht. Rote Farbe. Ah, Died. Red, Garnet. Ähm. Hier, Red, Garnet. 1, 2, 3, 4. Ah, Died. Ah, Died. Ah, Died. Ah, Died. Ah, Died. Keins da. Na gut. Ah, Died. Ah, Died. Was brauche ich noch? die rote farbe habe ich glaube ich noch da oben sein da sind noch zwei gute farbe kann man eben ernten gehen geht eigentlich rechtsklicken ich glaube nicht doch auch egal oh